Hallo, ich bin Sally. Wir haben hier viel wichtigste Plätze für Sie. Entweder Christkindlmarkt oder Eislaufplatz und wir freuen uns auf Sie. Übrigens, viele Shops und Lokale haben Gratis-Boost-Tickets für Sie. Einfach nachfragen. Außerdem sind viele Eintrittskarten auch O-Boost-Tickets. Zum Beispiel für Winterfest, für die Stille nach Landesausstellung und natürlich für alle Reboot-Spiele. Sohn die Paprika zu wagen. Schnee und Waspe zu wagen. Freuhe, Freuhe, bis zu weinen. Manzeit.